Ja, Mann, da muss man rein, ich schmerz. Oh, nice, ich hab's geschafft. Oh, nein. Digga, warte, ich hab das nächste auch geschafft. Ich muss aufs... Hey, ich bin da auf den Räufen gelandet, das hat sogar ein Sound gemacht und ich bin gestorben. Ah, ich bin unser Mann, bin versteckt als Geld, bin schon wieder tot, deine Unterhose ist rot. Ah, ich seh's gerade. Ja, wir müssen mit diesen Schwanz, müssen wir auf die... Digga, das sieht ehrlich aus wie ein Schwanz. Freunde, falls ihr noch keinen Support-The-Creator eingetragen habt, könnt ihr mich gerne unterstützen. Hier unten rechts raufklicken, A-N-D-R-Y-T, Freunde, einfach eingeben, damit supportet ihr mich umsonst. Kuss geht raus, Freunde, wir sehen uns beim Video, let's go! Freunde, wir sind gerade auf dem Weg zu den 30.000 Abonnenten, also falls es noch nicht getan wird, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir was Geiles, Digga, ich hab mega Bock, ein properer Dropper. Und mit dabei ist Oduman Piqua. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber testet. Mike checkt mir. Fällt jetzt ein Riesen-Mikro rein? Nee, das ist so mini. Yeah! Tschüss, Digga, du fliegst durch die ganze Map. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir starten. Das wird wieder eine ganz komische Aufnahme. Richtig lustig, Digga. Digga, hast du das gesehen? Ja, nice. Hast du das gesehen? Ey, ich bin fast auch übergesprungen. Oh mein Gott, Digga. Ey. Let's go, Alter. Hä, ich komme da, achso, ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht hoch. Mann, warum bist du so? Okay, ey, müssen wir jetzt mit diesem Riesen-Ding Dropper machen? Ich glaube schon, Digga. Oh, das wird ja richtig geil, Digga. Yo! Tschüss, ich glaube, wir werden niemals die erste Lampen schaffen. Digga, wir werden das niemals schaffen. Digga, ich springe. Let's go! Äh? Schummel-Gang, Freunde. Hashtag Schummel-Gang in die Kommentare. Das Ding ist, wo müssen wir überhaupt hin? Ey, wie soll man das denn schaffen? Oh, oh. Uff, du warst ja auch nur dabei. Ey, ich weiß wie, Bruder. Nur mit der Maus drehen. Du musst genau durchpassen, nur mit der Maus. Ah, okay. Oh. Ja, ja, so links, rechts, links, rechts. Ja, genau, genau, genau. Ey, auf dem Video will ich 4000 Likes sehen, Freunde. Das kriegt ihr safe in. 28. Okay, ach du. Ey, ohne Witz, ich bin viermal an derselben Stelle gestorben. Ich muss gleich schummeln. Ey, das geht nicht. Ist unnormal schwer, ne? Hat das schon jemand schon mal geschafft, Alter? Dicke, ich glaub nicht. Ey. Bruder. Ey, war kommt da nicht durch? Einfach, weißt du, zum Prop-Hand. Uff, warte mal. Ich weiß was, Bruder. Ich hab eine Idee, Dinger. Was? Chill. Guck jetzt. Äh. Glaubst du, das geht? Nein. Okay. Oh, mei. Ich dachte, ich war so albern-Einstein-mäßig und dann doch nicht. Ich mach nochmal so. Uff. Uff. Oh, mein Gott. Uff. Nein, Dinger. Ich war ohne mal weit. Guck mal, 140 Meter. Ich hab dich gesehen. Okay, ich glaub, man braucht so ein bisschen nur Zeit und dann hat man so gefühlmäßig. Ich hab's geschafft. Nein, du hast es. Nein. Ich bin daneben gesprungen. Ich hab geschummelt und bin daneben gesprungen. Oh, du bist so ein Spaß, Dinger. Oh, du schummelt. Freunde, geht schon wieder los. Deking nicht da jetzt schummelt, Odo, Mann. Tschüss. Okay. Ich glaub, wir haben uns auch einfach irgendeins genommen, ne? Oh. Oh, es geht. Warte mal, kann ich auf die raufspringen? Ne. Digga. Nice, André. Nice, André. Jetzt, jetzt. Du hast die Bombe, Mann, Digga. Ihr seid beste Freunde. Ey, man kommt mit dem Reifen nicht hoch. Man muss das wegmachen. Bruder, Bruder, geh runter. Geh runter. Ey, hau ab, Digga. Das mach ich safe nicht, Digga. Wie das aussieht. Bruder, ich hab eigentlich... Ich komm hier nicht durch, ne? Okay, ich muss hier in die Ecke. Ey, was? Ey, man hat wirklich kein Gefühl, wo man und was man ist. Oh mein Gott, das ist richtig ekelhaft. Ey, wo soll man hin? Das geht gar nicht. Das geht auch nicht. Man ist zu groß. Das geht echt nicht. Okay, ich mach jetzt ein 500 IQ-Play, Freunde. Ich nimm das, ich spring runter, verwandle mich zurück und in der Luft verwandle ich mich wieder hin. Oh mein Gott. Digga, blocken wir uns gegenseitig oder was machen wir? Okay, Bruder, warte, geh du rein. Digga, ich bin kaputt. Ich kann mich nicht bewegen. Uff. Ich verwandle mich zurück. Jetzt verwandle ich, verwandle dich. Es geht nicht. Nein. Ey, warum? Bruder, ich probier. Uff, das sieht gut aus. Die geht. Digga, was? Die geht. Ich hab's geschafft. Wir haben eine Sache. Ich hab's geschafft. Oder Udoman hat bis jetzt. Uff, ich hab's auch geschafft. Ja. Wie soll ich lachen? Wie soll ich lachen? Uff, ich hab's geschafft. Freunde, wir haben eine Sache geschafft, ohne zu schauen, wie es geht. Let's go, Alter. Okay, Udoman, du darfst entscheiden, was wir jetzt nächstes machen. Okay, wir machen pink. Aber jetzt geht's dir mal. Das ist ein geiles Level. Wir müssen Geld werden, Digga. Mit Geld da rein, Digga. Ja, Digga, YouTube Money Dropper. Krass. Okay, YouTube Money Dropper, let's go, Bruder. Einfach rein, Giovanni Boop. Uff. Oh, Jungs. Das ist voll schwer. Das ist übel schwer, Digga. Ja, Mann, da muss man rein. Ich schmerz. Oh, nice. Ich hab's geschafft. Oh, nein. Digga, warte. Ich hab das nächste auch geschafft. Ich muss aufs... Nein. Nein. Ey, ich bin da auf den Räufen gelandet. Das hat sogar einen Sound gemacht und ich bin gestorben. Hä? So bing. Bei mir hat das nicht mal gerendet. Zählt das jetzt als geschafft, Freunde? Ja oder nein? Schreibt in die Kommentare. Äh. Äh. Ey, ich schaff das die ganze Zeit, ne? Aber wenn ich da drauf lande, sterbe ich. Ich hab's geschafft. Klar aber nicht. Ich hab's geschafft, ohne zu sterben. Klar aber nicht. Wo bist du? Echt ein Gestorben. Bruder, ich schaff diesen Scheiß-Stropper nicht. Digga, der ist totes einfach. Warte. Ah. Ich bin unser Mann. Ich bin versteckt als Geld. Ich bin schon wieder tot. Deine Unterhose ist rot. Ah. Ah. Ähm. Ey, ich will kein Leuchten. Guck mal. Guck mal. Was ist das denn, Digga? Das ist wieder so ein Aids-Dings, wo du... Oh, Quatsch. Digga, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Uff, ich hab sogar den ersten geschafft. Da hätte ich niemals mit gerechnet. Okay, Odoman, ich hab ne Challenge, Digga. Okay. Was krieg ich, wenn ich das so schaff? Komm, Digga, ich mach jetzt. Komm, mach. Hä, wo bin ich, Digga? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich seh nix mehr. Bruder, lauf einfach so voll. Ah, jetzt. Yay. Du hast es überlebt? Ah, nee, hast du. Nee, 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 nee. Einfach. Okay, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Ich spring so in die Mitte. Mhm. Und dann geh ich so links. Nochmal links. Ey, ich war wieder... Sehr close. Hast du was geschafft? Ich hab's. Nein, wie? Ich hab's. Einfach unten die ersten rein? Du machst unten und dann bei den vorletzten lenkst du eins rüber. Okay. Und dann lenken gedrückt halten. Uff. Digga, dein Weg war krank, Digga. Was? Jetzt lenkst du es einfach guter. Let's go. Heftig, okay. Let's go. Okay, wo war eine nächste Stufe? Was? Das wär ein Typ. Ja, doch. Digga, Basketball. Oh, bitte nicht. Ey, warum? Ey, ich bin verpackt, oder? Nee. Ey, nee, du hast auch so diesen Streifen, ne? Ich glaub, man muss hier einfach... Ey, man kann hier einfach rübergehen und hier runterspringen. Ey, das ist doch nicht so einfach. Ey, dieses Ding zählt als Fläche, dieser Boden. Halt's Maul. Ja, ja. Sag nicht, du hast geschickt. Oder die ersten zwei sind leicht, das dritte musst du dich überschnell drehen. Okay. Aber das ist nur wieder mit Maus arbeiten. Ah, das ist nur drehen, ne? Ja. Ey, ich bin daneben geschwungen, Mann. Ich bin übel weit gekommen. Au. Au. Ah, ich seh's gerade. Ja, wir müssen mit diesen Schwanz müssen wir auf die... Digga, das sieht ehrlich aus wie ein Schwanz. Ist das nicht ein Schwanz? Okay. Digga, Schwanz gibt mir Kraft. Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Komm, komm, komm. Mit dem Schwanz. Mit dem Schwanz. Ja. Oh, wir haben es geschafft, Digga. Nice. Krank, okay. Nächste Stufe. Ey, wo ist meine Münze? Oder hier, Habibi, komm. Wo, 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 wo? Hier. Ah, okay, easy. Okay, bro. Was haben wir denn noch offen, oder? Wir haben noch die Burg. Beide Burg. Und das da hinten, dieses Glas-Ding, oder? Oder haben wir das schon? Boah, das sieht geil aus. Lass mal da rein, oder? Dieses Glas-Ding, ne? Let's fetz, Allah. Let's fetz in Rackenroll. Och, nee, Digga. Oh, mein Gott. Guck mal nach unten. Bäh, Alter. Digga, das sieht aus wie Mücken, die so kaputtgeschlagen sind. Ja, Mann. Echt so, ne? Aber ich probiere schon. Digga. Nein, Odo, man ist ein Profi. Holy shit. Aber wie soll man denn da durch? Das Vorletzte, ne? Also, das Letzte ist übel ekel. Okay, man muss durch die Mitte, denn da unten. Das habe ich gesehen. Aber ich komme nicht mehr durch die Mitte. Let's go. Okay. Digga, Odo, man, das sieht so stylisch aus, wie du fliegst, ne? Okay, warte. Man muss da was ändern dran. Glaubst du, man muss... Naja, das ist schon richtig, aber man fliegt langsam. Also, man lenkt langsam, Digga. Man lenkt ziemlich langsam. Glaubst du, das kommt auch drauf an, wie man, von welcher Seite man das Ding beschützt? Von hier, ja, ja, man muss von hier springen, weil dann kannst du geradeaus einfach nur springen. Und dann durch diese eine Lücke und dann musst du dich drehen und dann nach hinten. Digga. Genau. Das sieht übel krass aus, wenn du fliegst. Ich hab's. Ja? Ja, ich hab's. Genauso wie ich gesagt habe. Ich komm, Bruder. Drehen, mit Maus drehen, du musst deine Maus drehen. Die Hitbox ist bei der ganzen Sache. Okay, jetzt komm, Freunde. Mit Ansage und Kommentatorenstimme hier. Schaffen wir das easy. Gar keinen Stress für... Anscheinend ja nicht. Zum Glück kann man cutten. Ich mach gleich First Try. Warte, guck jetzt. Okay, Freunde, wir sind hier das erste Mal. Ich mach jetzt hier den First Try. Gar keinen Stress für mich. Nur mal, um Udo mal zu zeigen, wie gut ich in diesem Dropper bin. Ja, Mann. Easy schummeln. Uff, Digga, wie easy. Guck mal, Jungs. Alter, Bruder, das geschäft. Digga, First Try. Man, wie die First Try. Okay, lass das nächste machen. Das war ja viel zu easy. Also, viel zu easy. Also, ich glaub, wir sind schon beim letzten, Bruder, ne? Ja. Letztes Mal hab ich gesagt... Nein, Digga, nee. Nee. Digga, das mach ich nicht. Wie soll man das denn machen? Was ist das? Okay, komm. Okay, man muss auf jeden Fall hier am Rand. Nicht, ja, da, genau. Uff, Digga. Ich hab First Try. Ey, ich bin daneben gesprungen. Nein. Du hast jetzt nicht First Try gemacht, sondern bist daneben gesprungen? Ja. Hat er einfach. Okay, dann ist es doch leicht, Digga. Weil es sah schwer aus. Ja, weil das so groß ist. Aber ich glaub, das ist gar nicht so leicht. Äh, so schwer. Oder ich hab nur Glück gehabt. Ja, genau. Hier musst du einfach runter. Und man... Aha. Wahrscheinlich, gell? Oh, warte, warte. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Digga. Uff. Nein. Digga. Ich bin's. Pappi Papp mit den Cruisen in the Quap. Let's go. Nur wegen dem hast du gewonnen. Naja. Nein, nein, nein. Weißt du warum? Warum? Du hast Mücke geschafft und ich hab den geschafft. Deswegen unentschieden. Ach, ja, stimmt. Stimmt. Deswegen, Allah. Oder? Ja, Mücke hab ich geschummelt. Doch, doch, doch. Stimmt. Mücke hab ich geschummelt. Mücke hast du geschummelt. Okay, den einen haben wir beide nicht geschafft, ne? Den ersten? Ja, den ersten haben wir beide nicht geschafft. Okay, easy. Also, Freunde, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Checkt Odo mal in den Beschreibungen. Gebt meinen Creator kurz ein. Äh, streichelt eure Katze und wir sehen uns morgen. Peace. Ja, ja, peace. 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 Alberto. Oh, oh, oh.